Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einer weiteren Jack-Wolf-Knives-Vorstellung bzw. Premiere. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das heute anstellen werde. Ich glaube, ich mache eine normale Veröffentlichung draus. Heute erscheint endlich, nach langem Warten, das Little Bro Jack. Das war ja in der ersten Serie der Jack-Wolf-Knives-Modelle schon vorgesehen. Die Veröffentlichung wurde dann zurückgezogen, ganz kurzfristig, weil die Qualität nicht 100% in Ordnung war. Und das war dann halt ein ganz konsequenter Schritt. Das, wofür ich den Benjamin auch kenne und wie ich ihn kennengelernt habe, dass er da konsequent handelt und dann nichts dem Zufall überlässt. Deswegen ein nachvollziehbarer Schritt. Es hat dann deutlich länger gedauert, als die meisten erwartet hatten oder gehofft hatten. Jetzt endlich ist es soweit. Das Little Bro Jack kommt heute am Freitag auf den Markt. Marktstart wird wahrscheinlich immer gegen 18 Uhr sein. Das ist ja eigentlich immer so gewesen. Deswegen werde ich auch schauen, dass mein Video um diesen Zeitpunkt startet. Ich allerdings werde an diesem Freitagabend etwas länger arbeiten müssen. Das heißt, eine Premiere mit Live-Chat kann ich dann nicht moderieren, weswegen dieses Video wahrscheinlich ganz normal online gehen wird. Wie ich das bei den anderen Modellen auch gemacht habe, werden wir eins gemeinsam auspacken. Die anderen liegen schon bereit für den Vergleich und dann werden wir uns das Little Bro Jack mal in aller Ruhe ganz genau anschauen. Diese Messerchen, alle fünf Modelle, wurden mir wie jedes Mal zuvor auch freundlicherweise als Leihgabe von Tools for Gents zur Verfügung gestellt. Ich habe selbstverständlich mit den Messern nichts geschnitten. Die sind nagelneu und unbenutzt und gehen selbstverständlich in diesem Zustand auch zurück. Ganz, ganz lieben Dank raus an das Team Tools for Gents. Link selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. So, dann wollen wir mal. Bei der Verpackung soweit nichts Neues. Jack Wolf Knives Modern Interpretation of Timeless Design, wie wir das schon kennen. Hinten die kleine Backstory. Wer sie noch nicht kennt, bitte kurz Pause drücken, dann könnt ihr euch das durchlesen. Der Benjamin Belkin, wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Ultrahilfsbereit, wann immer ich Fragen hatte im Vorfeld oder irgendwas zu besprechen hatte. Er hat sich immer sehr, sehr viel Zeit genommen. Darüber hinaus haben wir auch so mittlerweile privat hin und wieder mal Kontakt gehabt. Es macht einfach eine Riesenlaune, wenn du so eine fantastische Beziehung aufbauen kannst zu den Menschen hinter den Produkten. Und das gibt dir nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl für das Produkt. Dann haben wir Little Bro Jack. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der Homepage ist es nicht ganz eindeutig. Da stehen beide Namen beim Tube Design. Nein, der Sean Tiffany. Aber es ist auch der Jay Gonzo mit aufgeführt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wer jetzt hier verantwortlich zeichnet. Entschuldigt das Wortspiel. Deswegen, ich nenne einfach mal beide Namen in dem Zusammenhang. Natürlich haben wir den Jack Wolf und der Kleene, der dann auf der Schulter sitzt. Diesmal Schriftzug im Blau gehalten. Und analog dazu haben wir dann auch das Mikrofasertuch in der gleichen Farbe, in Blau. Der Pock natürlich dann mit dem gleichen Motiv. Der Kleene auf der Schulter des großen Bruders. Der Sonnenuntergang oder die tiefstehende Sonne im Hintergrund. Coole Gestaltung. Finde ich richtig nice. Und sollte jemand sich wirklich leisten können, die Jack Wolf Knives Modelle zu sammeln, dann hast du hier tatsächlich eine ganz, ganz hübsche Kollektion mittlerweile. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber es dürften ja jetzt bestimmt 14 Modelle sein. Bin mir nicht ganz sicher. Also die schöne, wie nennt sich die nochmal? Envelope Falttechnik. Das geprägte Mikrofasertuch. Es sind neuerdings tatsächlich immer zwei Sticker mit drin. Finde ich auch ganz cool. Natürlich auch hier wieder das gleiche Motiv. 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 Tradition oben nochmal in orange. Und die Homepage www.jackwolfknives.com Und die von mir oft gelobte und meiner Meinung nach auch zurecht gelobte kleine Ledersteckscheide für die Hosentasche. Funktioniert nach wie vor ganz hervorragend bei meinem Bennys Clip. Tolles, tolles Teil. Super funktional. Haltbar. Schön verarbeitet. Tolle Dreingabe. So, wenn ich die Tube hier oben hinstelle, haben wir eh den Schatten ein klein bisschen im Bild. Dann lasse ich die auch noch so ganz klein in die Ecke reinragen. Dann entfalten wir doch mal das Little Bro Jack. In dem Fall ist das eine Handvoll Namen. Carmo Carbon Flow Party. Da bin ich aber jetzt extrem gespannt, was die Flow Party zu bieten hat. Ich habe mir die Bilder vorher angeguckt. Es sind wieder richtig geile Griffmaterialien dabei. Und die Flow Party hatten wir glaube ich schon mal unter anderem Namen. Das ist dieses 80s Neonfarben Design mit dem Gelb und dem Pink. Finde ich nach wie vor richtig, richtig gelungen. Ihr seht schon auf den ersten Blick, das Messerchen ist ein kompaktes. Paktes natürlich der Little Bro. Das ist ein sogenanntes Sleeveboard Pattern. Ja, das ist das Bügelbrett für die Hemdsärmel. Darum heißt das Ding Sleeveboard. Natürlich erinnert das an die traditionellen Barlow Knives. Hier ist es natürlich das Boys Knife. Sleeveboard Pattern, Boys Knife Design, Clip Point Klinge. So, wir haben den Aufbau, den wir von Jack Wolf Knives kennen. Wir haben also eine integrale Titan Bauweise. Die Bolster sind also integraler Bestandteil der Konstruktion. Ausgefräst, sehr, sehr kleine, dünne Taschen für die wunderschönen Inlays, der Griffschalen. Hier, ja, die Tiefe des Materials kommt natürlich auf der Kamera wieder nicht ganz rüber. Ich versuche es durch dieses Drehen ins Licht mal so ein bisschen besser einzufangen. Wir haben wieder die polierten Titanschrauben. Hier wurde auch nichts dem Zufall überlassen. Also das sind dann auch extra angefertigte Titanschrauben. Genauso wie die Achsschraube. Klingenstand im geschlossenen Zustand. 10 von 10, also das ist sowas von perfekt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Abschluss der Rückenfeder, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Alles absolut perfekt verschliffen. Hier gibt es keine Spalten, hier gibt es keine überstehenden Kanten, gar nichts. Die Bolster sind pinched vorne. Sie sind einmal eingefräst, gekerbt, also flutet. Das heißt, hier wird dann auch die generelle Form des Bolsters nochmal an zwei Stellen ein ganz klein bisschen aufgebrochen. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen interessanter gestaltet fürs Auge. Das heißt, hier einmal durch diese Kerbe und dass sie vorne nochmal so leicht angefasst, also pinched sind. Also pinched im klassischen Sinne. Da wurden sie tatsächlich zusammengedrückt. Da gibt es dann so eine kleine Delle, so eine Einbuchtung. Hier ist das Ganze dann quasi simuliert, dadurch, dass sie vorne angefasst werden. Richtig, richtig schöne Optik. Wir erkennen direkt, wir haben ein Satin Finish auf der Klinge. Klingen Stahl ist hier der S90V und das Ganze ist ein sogenanntes Belt Satin, also das ist vom Schleifband. Und die Klinge ist in einem voll hochgezogenen Hohlschliff ausgeführt, Nail-Nick klassischer Art, einseitig angebracht. Und wir haben eine beidseitige Swatch. Diese ist wunderbar symmetrisch, absolute Perfektion. So muss das sein. Und eine Aufteilung von Klinge zu Teil mit Swatch zum Clip vorne, würde ich sagen, ist ungefähr 55-45, vielleicht mit ein bisschen gutem Willen 60-40. Vom Verhältnis her schon absolut prima. Die Klingenspitze befindet sich ziemlich genau in der Flucht. Das heißt, die ist mittig. Das heißt, wir haben absolute Kontrolle darüber, wenn wir mit dem Messer irgendwo einstechen wollen. Oftmals ist es ja so, wenn du einen Trailing Point hast oder so, also eine hochgezogene Klingenspitze oder eine krasse Sheepsfoot-Form. Wobei ein Sheepsfoot ja normalerweise fürs Einstechen in irgendein Material oder Gewebe eh nicht so geeignet ist. Nehmen wir doch besser die Warncliffe-Klinge, wo sich die Klingenspitze nicht in der Flucht der Klingenachse befindet. Ist es oft mit der Kontrolle ein ganz klein bisschen schwieriger, gerade wenn es um größere Messer geht. Also je größer das Messer wird, desto schwieriger ist die Kontrolle. Demnach ist das hier schon so ausgeführt, dass du stets absolute Kontrolle hast. Die Klinge ist wieder super fein ausgeschliffen. Ich nenne das ja fast immer den Rasiermesserschliff. Wir haben auch so gut wie keine Schulter hinter der Phase. Das heißt, der Hohlschliff ist so ausgeführt, dass hier diese Ecke, bevor es zur Schneidphase kommt, quasi kaum vorhanden ist. Und ich würde sagen, es sind wieder so 0,22, 0,23 Millimeter hinter der Phase. Absoluter Slicer. Und die Klingenspitze, die greift auch so fort. Ihr seht das. Also auch ein super schön ausgeführter Schliff vorne zur Spitze hin. Also das Ding überzeugt in dieser Beziehung vollkommen. Wir haben 89 Millimeter geschlossene Länge. Wir haben eine Klingenlänge von 68 Millimetern. Davon sind 60 Millimeter scharf. Diese Angaben brauche ich jetzt nicht extra zu überprüfen. Das ist bis auf ein Zehntel Millimeter akkurat. Von daher vertraut da einfach den Angaben der Herstellerseite. Wir haben eine Klingenstärke von 3 Millimeter an der Basis. Und wie gesagt, ultra dünn ausgeschliffen. Wunderschöner Slicer. Wir haben die klassische dreieckige Schleifkerbe und ein ganz klassisches Ricasso, wo dann Jack Wolf Knives, beziehungsweise Jack Wolf, ich nehme an, eingelasert ist. Und auf der Rückseite der Klingenstahl S90V. Ist auch ein cooler Font gewählt, eine coole Schriftart gewählt. Und ja, so wirkt das Ganze noch moderner als eh schon. Das heißt, hier haben wir wirklich den Kontrast zwischen dem ultraklassischen Pattern, dem Sleeveboard, Boy's Knife und den modernen Materialien der modernen Umsetzung. Also das hier ist wirklich dann, was den Kontrast angeht zwischen der Messer Historie und der modernen Umsetzung, ist hier wirklich extrem gut gelungen. Ja, die Griffschalen, wie gesagt, fand ich super interessant, schon bei vorigen Modellen. Also dieses 80er Jahre Neon mit dem Carbon und dann noch diese 3D-Optik. Das gefällt mir schon richtig gut. Aber wir haben mehr zu bieten. Wir haben zum ersten Mal ein wirklich, ist das das erste Mal oder vertue ich mich jetzt? Ich meine, es wäre das erste Mal ein richtig klassisches Griffmaterial, nämlich Rosenholz, Rosewood. Wobei das Rosewood, glaube ich, gleichzusetzen ist mit Packer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer jedenfalls sagt, mir war das alles ein bisschen zu modern, ein bisschen zu bunt, der hat jetzt hier die Möglichkeit, tatsächlich mal ein ganz klassisches Griffmaterial zu wählen, nämlich das Rosewood. In dem Fall auch eine sehr, sehr schöne Holzfärbung, Holzmaserung. Gefällt mir ausgesprochen gut. Allerdings, weil ich halt das Konzept moderne Tradition so sehr mag, ich stehe dann tatsächlich mehr auf die moderneren Griffmaterialien. Die passen für mich dann ein ganz klein bisschen besser ins Konzept. Aber für alle, die sich mal eine Holzgriffschale an so einem Messer gewünscht haben, es gibt ja auch schon unheimlich viele tolle Mods. Also wenn ihr da mal auf Instagram unterwegs seid, da sind Leute, was die noch alles anstellen und aus diesen Messerchen herausholen, das ist absoluter Wahnsinn. Jedenfalls auch hier, wie ihr sehen könnt, auch der Übergang von Rückenfeder zu Klinge. Das ist alles, was soll ich sagen? Ich komme jedes Mal wieder ins Schwärmen auf der Verarbeitung dieser Messer und das meiner Meinung nach vollkommen zurecht. Aber für euch hört sich das wahrscheinlich dann mittlerweile an wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Deswegen, ich versuche es kurz zu halten. Entschuldigt mir die Schwärmerei, weil das Zeug ist einfach geil. So, das nächste, was wir haben, ist ein Kiri Knight und zwar Crystal Lake. Ja, wo wir eben schon beim Thema Tiefe des Materials waren. Ja, also hier könnt ihr dann wirklich, wirklich drin versinken. Ich lasse das einfach mal kommentarlos stehen und ein bisschen wirken. Ich meine, ihr seht, wie wenig Griffschale da tatsächlich vorhanden ist. Das Zeug ist ultra dünn. Aber dann noch so einen tiefen Effekt zu erzielen, ja, das hat schon was. Das ist schon geil. Und das Blau ist natürlich, das ballert auch richtig. Das ist, äh... Es ist noch wesentlich satter und kräftiger, als das hier über die Kamera rüberkommt. Ähm, das ist natürlich die Kombination aus dem künstlichen Licht und, ähm, den Linsen hier. Wobei, ähm, die Leica-Kamera hier an meinem, äh, Xiaomi 13, ähm, die ist schon wesentlich besser als das, was ich vorher hatte. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, ähm, das ballert noch nicht ganz so wie in Realität. Fettkarben Nebula. Ähm, das ist, ähm... Das hatten wir auch schon mal. Ähm, ich nenne es dann immer, äh, liebevoll America. Naja, also das sind dann, äh, das ist das Blau-Weiß-Rot. Ähm, hier fehlt natürlich ein ganz klein bisschen die Tiefe, wie bei den anderen Materialien. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele Freunde findet, ähm, aufgrund der Farbgebung. Ähm, du hast natürlich dann immer Schichten. Farbige Schicht, schwarze Schicht, farbige Schicht, schwarze Schicht und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, wenn du dann immer weiß-rot-blau, weiß-rot-blau, übereinander schichtest und das Ganze dann leicht rund schleifst, ähm, kriegst du diesen wunderbaren Effekt. Ähm, cooles, cooles Zeug. Ähm, von denen jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Ähm, aber ich finde, es passt auch ganz, ganz wunderbar, ähm, zu dem, zu dem Messer-Pattern. Ähm, das Boy's Knife ist ja auch so ein ganz, ganz uramerikanisches, ähm, Messermodell. Ähm, das ist ja stark mit der amerikanischen Tradition, Tom Sawyer, Huckleberry Finn und so weiter verhaftet. Ähm, also, ne, das, das spielt alles ineinander und von daher ist die Wahl dieses Materials, äh, für einen, für eine der Griffoptionen schon vollkommen nachvollziehbar. Ähm, ja, und dann, ähm, das ist wirklich eine Handvoll oder eine Mundvoll, ähm, Namen. Das muss ich jetzt auch ablesen, damit ich nichts komplett falsch mache. Ähm, das ist dann das Little Bro Jack in Fat Carbon Dark Matter Copper. Ähm, ja, Dark Matter-Geschichten, ähm, ist ein wildes Carbon mit Einschlüssen und hier in der Copper-Variante, das heißt, wir haben das Ganze so leicht rötlich-orange. Ähm, ich hab mich dann nach dem Auspacken, ähm, hab ich kurz gedacht, ich sollte dieses eigentlich wieder, äh, wieder einpacken und, äh, für das gemeinsame Unboxing dann aufbewahren, weil das ist dann wirklich für mich das Highlight, ähm, dieser Fünferreihe, dieser Serie. Ähm, also das Fat Carbon Dark Matter Copper, äh, definitiv mein Highlight in diesem Fall. Ähm, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, das ist so ein wunderschönes, wunderschönes Griffmaterial. Ähm, es, es schimmert in alle Richtungen, das hat ein bisschen was von diesen Sternennebeln, also von diesen, von diesen kosmischen Nebeln, äh, Geburtsstätten von Sternen, ähm, dazu diese, diese, diese Copper-Einschlüsse, die hier nicht wirklich rausglänzen, aber dann jener, je nachdem, wie man es einfängt, ähm, wirklich so einen ganz, ganz dezenten rötlichen Schimmer haben. Einfach ein wunderschönes, wunderschönes Messer, ein wunderschönes Griffmaterial, äh, und mein persönlicher Favorit. Ähm, ja, ähm, ich werde jetzt auch das, äh, Dark Matter mal im Bild behalten, mache ein ganz klein bisschen Platz, dass ich euch noch einen Größenvergleich zeigen kann mit ein paar anderen Modellen. Ähm, nehmen wir zuerst noch, äh, weitere Clip-Point-Modelle. Nehmen wir doch direkt mal das Bennys Clip, das habe ich doch eben extra noch rausgesucht. Ähm, da sehen wir ganz deutlich, äh, anderer Schnack von Messer. Ne, das waren noch die Zeiten M390, äh, und da sehen wir schon deutlich massiver, deutlich größer als das Boys Knife. Ähm, ein weiteres Clip-Point-Modell, ähm, ähm, können wir in dem Zusammenhang ja auch mal zeigen, ähm, ist das, äh, Tuya Knife Blackbeard, ähm, aus meiner Feder. Ähm, hier finde ich auch, äh, den Vergleich der beiden Clip-Point-Klingen ganz interessant. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, die Swatch ein ganz klein bisschen weiter nach hinten zu ziehen, also ungefähr 60, 40, äh, zugunsten der Swatch. Ähm, ähm, das ist natürlich jetzt Geschmackssache, äh, was einem da besser gefällt, aber auch hier könnt ihr sehen, äh, deutlich größer. Ähm, das, ähm, Blackbeard geht knapp in Richtung 19 cm Gesamtlänge. Ähm, ähm, um etwas aus der kompakteren Klasse noch daneben zu halten, habe ich noch das Giant Mouse Farley. Auch ein eher kompaktes Taschenmesser, äh, äh, gar nicht so viel größer als das, ähm, Little Bro. Ähm, ihr könnt jetzt, äh, über den, durch den Winkel sieht es nicht so aus, aber die liegen jetzt tatsächlich hinten, äh, Ende an Ende. Ähm, und, ähm, da ist vorne dann, ja, weiß ich nicht, das sind 8 mm oder so zugunsten des Farley, also ist es tatsächlich gar nicht so viel größer. Hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Dann wisst ihr ungefähr, was auf euch zukommt und weil ich halt aufgrund relativ spärlicher Uploads lange nicht mehr die Gelegenheit hatte, das Hack zu zeigen, äh, kommt das Viper Hack jetzt hier auch nochmal zum Zuge. Natürlich auch ein ganzes Stück größer als das, ähm, als das Little Bro Jack, aber ist ja auch eine andere Klasse Taschenmesser. Wie gesagt, wir sprechen hier von 89 mm geschlossener Länge und nichtsdestotrotz bekommst du hier, wenn du locker greifst, alle vier Finger drauf. Natürlich kannst du jetzt übertreiben und kannst hier in den Hammer Grip gehen, ähm, dann ist das natürlich albern, ne? Das machst du mit so einem kleinen Messerchen nicht. Was wir allerdings wohl noch machen, weil es mich persönlich sehr interessiert, ich klappe jetzt mal alle zu und ich möchte wissen, welches der Modelle an die Herstellerangabe von 60 Gramm am nächsten herankommt. Ich glaube, es waren 60 Gramm. Nagelt mich nicht fest, wir werden es gleich erleben und, ähm, dann bilden wir einfach mal einen Durchschnitt und gucken uns an, was das Messerchen im Endeffekt tatsächlich so wiegt. Ich würde mal fast behaupten, ähm, die sind relativ nah beieinander. Große Abweichungen erwarte ich hier nicht. Fangen wir an mit Merica. Haben wir 61,5 Gramm Crystal Lake. Sehr leicht, 57,5 Gramm. Das Rosewood. 58,4, ein ganz kleines bisschen schwerer. Dann haben wir die 80er Party. 59,9. Das ist fast eine Punktlandung auf den angegebenen 60. Und das Dark Matter Copper. 59,4. Das müsst ihr jetzt also hier noch dazwischen. Dann haben wir tatsächlich im Durchschnitt knapp unter 60 Gramm Gesamtgewicht. Und, ähm, ja. Ja, ein wirklich, wirklich wunderschönes, hochpraktikables, schneidfreudiges, fantastisch verarbeitetes Taschenmesser. Und, äh, ja, ich glaube, das ist ein Fazit. Das hätte ich unter all meine Jack Wolf Knives Videos packen können. Ähm, denn das traf bis jetzt auf alle Messer zu. Ganz unabhängig davon, ob euch das Design des einen oder anderen Modells gefallen hat oder vielleicht nicht gefallen hat. Ähm, es war sicherlich nicht jedes Modell für jeden Geschmack. Ähm, das gebe ich auch ganz offen zu. Nicht alle haben meinen Geschmack zu 100% getroffen. Allerdings hat mich jedes Mal die Verarbeitung sowas von überzeugt, ähm, dass ich sagen muss, auch wenn es nicht 100% optisch dein Fall ist, du hast mit den Jack Wolf Knives auf jeden Fall ein fantastisch verarbeitetes, sammelwürdiges und hochtaugliches Taschenmesser in der Tasche. Das heißt, selbst wenn der, äh, wenn die, wenn das Pattern nicht zu 100% deins ist, ähm, in allen anderen Belangen ist das Teil über jeden Zweifel erhaben. Und das ist es, was diese Messer so großartig macht. Ähm, ich hab mich gefreut, dass ich jetzt nach dieser, nach dieser Pause, ähm, äh, endlich wieder ein Modell vorstellen konnte. Nochmal ganz, ganz lieben Dank raus an, äh, das Team Tools for Gents. Ähm, hat mich wirklich gefreut, hat einen Riesenspaß gemacht. Euch allen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr dieses Video seht. Falls ihr heute Abend eingeschaltet habt zur, äh, in Anführungszeichen Premiere, ähm, dann wünsche ich euch einen tollen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Falls ihr euch entscheidet, eins dieser Modelle zu bestellen, Link ist unten in der Videobeschreibung, ähm, das sind keinerlei Affiliate-Links oder sonst irgendwas. Ich hab da nichts von. Aber ihr findet halt, ne, als, äh, ja, äh, weiß ich nicht, kleine, ähm, Erleichterung, den direkten Link, äh, unterhalb des Videos. Sowohl zur Homepage von Benjamin, ähm, ich guck mal, dass ich vielleicht Social Media noch mit reinnehme und natürlich dann auch zum Shop von Tools for Gents. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video seht, hab ich ja schon gesagt. Und wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.